ein hallo und recht herzliches willkommen zurück zu let's play dead space 3 heute mit mir und dem guten helfer ja genau in der letzten folge auch schon ja genau in der vorletzten und in der nächsten natürlich auch noch ne das ist klar damit du nicht gleich kreppierst gebe ich dir mal einen tipp ne nimm mal ein midi pack so und müssen wir dann optimieren man lauf mich überhaupt richtig wow es ist ja schön explodiert ja ich glaube die viecher sind doch schweine gefährlicher sag ich doch die viecher sind schweine gefährlich so ja anders durch den lüftungsschlacht gehe ich mit sicherheit nicht ach scheiße was ging mit dir ab so warte mal ich guck mal ob ich irgendwas basteln kann vielleicht kriege ich eine neue waffe so können wir alles vergessen hier ist alles scheiße ich hab was gutes dann basteln fertig ich bin mal gespannt was er dabei am bauen ist hier ja irgendwas mit plasma ok so hey gut gehen wir weiter ja schon wieder was ich muss mit leertasten machen dadurch kannst du durch so eine schockwelle die gegner zurückstoßen ah gut dann noch was nö alles ruhig alles ruhig schieß doch wo pass auf Oh, sag mir doch, dass da was ist. Ja, er ist tot. Ah ja. War da was? Ja, so ein ganz Vieh wieder. Nahtspinne. Wird das auch sein. Oh, eine Upgrade-Platine. Plus einmal nachladen. Alles gut. Ich höre auch was. Ja, ich höre auch irgendwas. Aber das ist mir jetzt gerade mal sowas völlig egal. Pass auf. Komm weg hier. Okay. Was? Okay. Die sehen doch schon echt übel aus, die Viecher. Ja, ja, wirklich. So, hast du das hier aus den Schränken geholt? Ja. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Hier ist der Riegel. Ich höre auch was. Ich höre irgendwas. Ich höre was. Das war klar. Okay. Okay. Das war klar. es ist heute so scheiß komischen spinnenfächer mann 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 das ist ja nicht automatisch nach hier vorne war noch eine kiste genau wir müssen bei den spinnen aufpassen dass wir da relativ schnell dass sie nicht irgendwelche leichen beteilen oder so ja ich glaube er ist tot ersatzteilbox ja hier kann man da reingehen ja dann würde ich sagen geht es weiter ja komm mal auf die luke da ja jetzt nicht auswählen welche etage ja vielleicht geht der aufzug in eine richtung und zwei in unser verderben wenn ihr so viele kisten oben liegen kann hier eigentlich jetzt nichts gutes sein eigentlich nicht kompaktes gerichtes elektrizierung ok inventar ist voll hast du platz im inventar warte hier ist doch so eine werkbank stimmt da kann ich da ja was ablegen gleich textlock ok wo ist sie denn rechts rechts ach da ja ok ich war dran oh mein sucher bot ist zurückgekehrt bobo verschieben e ah diffraktions ring ok baue aus einfache strahlenkanone ok ist so die diese besuchte noch eine pläne die turin freischalten es ist irgendwie weiß ich auch nicht viel das wilde wolfram ohne ändert man muss mal gucken dass du dadurch warte mal ganz kurz ich glaube die verkaufe ich mal gesehen ich könnte glaube 59 die die packs herstellen also die kleinen ist leicht extrem ja genau 59 keine erweiterung okay oder man kann ich eine erweiterung herstellen munitions sammler sammelt automatisch munition in der nähe ein munitionskiste lädt die waffe automatisch nach hagal das geld da musste mal in deinen waffen dinge zu reingehen und dann und der erweiterung zwei da kannst du das ganze dann quasi umbauen ist ausgewählt also konnte ich zumindest dann kannst du da kannst du so neue erweiterung herstellen klickst du drauf da kannst du da so eine erweiterung muss natürlich das dementsprechend das material dafür haben das ist klar so was hast du da objekt herstellen munitionshilfe oder was aber ich habe munitionskiste eingestellt und jetzt lädt meiner dann automatisch nach egal ja warte mal gucken vielleicht kann ich dir was geben glaubt ab dann drücken ja genau wie kann ich denn jetzt durch sind mir das verstehen nicht so ganz egal ich schicke jetzt erstmal mein bot wieder auf suche ja was vergessen was ist das hier und mein bot ist wieder unterwegs so ich rufe mal hier das komische dinge ich kann leider gerade gar nichts machen weil ich hier irgendwas zu recht basteln musste ich gerade ja wenn ich jetzt wüsste wie das funktioniert würde ich mich auch beeilen ich kann nichts machen ich komme da nicht raus wie komme ich dann da raus ja die loser haben wir da versorgt ich konnte da ich habe das gerade nicht so ganz gecheckt irgendwie na egal müssen wir es ganz bald nochmal machen ist ja egal aber jetzt muss ich meine waffe wieder umbasteln hier egal was mache ich jetzt mal eben ich komme so oder so zu diesem shuttle in der achtern sektion ok jetzt mal eben alles umbauen hier machen wir das ganze jetzt mal im schnelldurchlauf hier ja ja mein sucher bot ist auch wieder zurückgekehrt das ist schön ja ich hab' ich glaube ich war wolfram baue und modifiziere waffen australien so warte mal kurz erweiterung zwei neue erweiterung herstellen munitionskiste jetzt könnte ich auch herstellen jetzt okay funktioniert nicht naja egal vielleicht kannst du das ja gleich mal versuchen vielleicht schaffst du das ja kann ich machen aber wird auch nicht besser ja aber es geht darum irgendwie hat es nicht so ganz verstanden ich will das jetzt mal versuchen ja auch da habe ich eine kiste vergessen muss da irgendwie schrott wegräumen aber wie das ganze funktioniert habe ich noch nicht so ganz gecheckt du gibst du wieder deckung ich mache das jetzt einfach mal das ist halt ab ja wieder zwei füchern Ah, ich glaube, jetzt habe ich es gecheckt hier, warte, warte, ne, doch nicht, so, nein, Nein, ey, das gibt es nicht, das sind zu viele, ich komme leider jetzt auch nicht hier weg, ist das Problem, ähm, ähm, ja, das wird definitiv jetzt wieder ein Fail, weil ich habe das immer noch nicht so ganz gecheckt, was ich jetzt hier machen muss, ähm, bei wie vielen Minuten sind wir jetzt gerade? Vielleicht machen wir einfach mal kurz einen Break hier und, ähm, ich würde es aber machen in der nächsten Folge, versuchen wir das Ganze nochmal mit frischem Schwung, genau, okay, ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen, genau, bis dahin, tschüss, tschüss, tschüss.